So, der neue Quadcopter mit Kamera, 2,4 GHz und eine Rückholfunktion. Das heißt, der kommt auch von allein wieder nach Hause, sehr stabil. Das kann man noch hier gegen den Gewand schmeißen, geht auch nicht kaputt, also sehr, sehr groß und der fängt immer noch wieder ein, hier kann man sehen, rechts, links, forwards, rückwärts, Loopings, macht er auch für den Überschlag, relativ einfach. Na und Rückholfunktion, da fliege ich da ganz leicht weg. Da drücke ich einmal hier rauf und jetzt kommt er von alleine wieder zurück. Absolut für den Einsteiger, sehr robust und wiegt sich auch ganz einfach. Jetzt bei uns online kaufen oder bei uns in den Handyshopper Waterfront shoppen. Bis zum nächsten Mal.